Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich muss mich leider etwas beeilen, weil wir gerade Übergabe machen. Wir haben ein bisschen was los. Hamburg ist über uns auf Sintas online. Man sieht auf dem Fall ist ein bisschen was los. Natürlich quatscht der Pilot jetzt wieder nah dazwischen. Genau, wir machen gerade noch Übergabe. Und dann geht's auch gleich los. Gut. Jo. So, one, one, number one. Ja. Couture, seven, three, four, push. Okay. Ja. Weiter. Perfekt. One, five, line up. Seven, eight is ready. Und wir haben nur eine number one, ne? Gut, ist der PDC-Request draußen? Also ist es received? Alles klar, habe ich keine Fragen mehr. Okay. So, one, five, wind, two, four, so degrees, eight knots, runway three, three, clear for takeoff. Okay, for takeoff, three, three, lift in the one, five. Unser, triple seven, on frequency. Condor, four, Charlie, uniform, welcome to Hamburg. Taxi, left on Delta one, hold short off runway three, three. Left on Delta one and hold short runway three, three, Condor, four, Charlie, uniform. BLM two, seven, three, pushback geproofed, face south, Zulu one, orange line. Pushback, facing south, Zulu one, orange line, KLM two, seven, three. Great. Zulu one, two, zero, wird im Flugplan angepasst. Zack. Good, your wings, seven, eight, Romeo, line up, runway three, three. Run up runway three, three, your wings, seven, eight, Romeo. Lufthansa one, one, Hamburg Tower. Lufthansa one, one. Also one, one, maximum flight level to Frankfurt. Das flight level two, three, zero, flight band is band amended. Report when ready to copy. We are ready to copy. Unser one, one, informational lima starter beproofed. Cleared Frankfurt, IDCO, six, golf departure, flight plan route. Climb via Z5000 feet, squawk 1000. Cleared Frankfurt via IDCO, six, golf departure, initial contact, 1000, 1000 information lima Lufthansa one, one. The one, one, readback correct report when ready. Yeah. Wing seven, eight, Romeo, win two, four, zero, Greece eight, north runway three, three, clever, check off. We have a take off three, three. Lufthansa, air collection, you're moving, still, net, Roman. The one, one, five, two, one frequency. Oh, let's see. Uh, Hamburg Tower, look at the one, one, like the urgent. Unser one, one, five, two, Hamburg Tower, hello. Hä? Hä? Lufthansa, one, one, five, two, hey, we are on visual runway two, three. Unser 1, 1, 5, 2, Hamburg Tower, hallo, Wind, 2, 4, 0 degrees, 8 knots, Runway, 2, 3, Clear to Land. Clear to Land, Runway, 2, 3, Lufthansa, 1, 1, 5, 2, 8. So. Havet Tower, Lufthansa, 1, 1, S10, 06, Crash, Push and Start. Unser 1, 1, Pushback geproft, Face, South, Zulu, 1, Orange Line. Push and Start, Push, Face, South, Zulu, 1, Orange Line, Lufthansa, 1, 1. Condor 4, Charlie Uniform, Cross Runway, 3, 3, Stand 0, 1, Bravo via Zulu, 3. Cross Runway, 3, 3, and Stand 0, 1, Bravo via Zulu, 3. Condor 4, Charlie Uniform, Cross Runway, 3, 3, Stand 0, 1, Bravo via Zulu, 3. Das läuft ja wie Geschmierchen heute. LFOX 5, 5, Go ahead. Stand 3, Bravo, Lufthansa, 2, 1. Wait, was blocked, Airfox 5, 5, Go ahead. Correction, Legend, 5, 5, X, Correction, Legend, 5, 5, Go ahead. Ja, Legend, 5, 5, 5, ich rede ich jetzt, ähm, ich dann denkst wieder. Legend, 5, 5, Roger, dead. Hamburg Tower, 9, Condor 7, Tango Golf, IOS, Runway, 2, 3. Condor 7, Tango Golf, Hamburg Tower, hallo, Wincheck, 2, Forza, oder Grease 8, Nutz No. 2 in Sequence. Number 2 in Sequence, 7, Tango Golf. Hamburg Tower, moin moin, hier, Ring 1, 2, Echo Tango, Request, Alpha Clarence, Danzig. Ring 1, 2, Echo Tango, Hamburg Tower, hallo, Number 2, Forclarence. Copy. So, LM Push, die, gut. Lufthansa, 2, 5, 8, Segen. Stand, äh, äh, 3, Bravo, Request, Clearence, 2, Rome. Lufthansa, 2, 5, 8, Information, Limas, Tango, Proof, Cleared, Rome, Aerodrome. Amlu 1, Golf, Departure, Flightplan, Route, Climb, Asset, 5000 Feet, Squawk, 2503. Lufthansa, 1, 1, 5, 2, uh, CV, vacated, uh, 2, 3. Hm, schau, wir eben das mal hier wieder. Noch die Direktorfrequenz, vielleicht die falsche Frequenz. Fanzer, 2, 5, 8, did you copy? Wadda, Amlu 1, Golf, Departure, Flightplan, Route, Climb, Asset, 5000 Feet, Squawk, 2503. Startup is approved. Unser 2, 5, 8, Readback, Korrekt, Departurefrequenz, 1, Passing, 2000 Feet, Bremen, Radar, 119er, Decimal, 5, 1, 0. Brake, Brake, Condor 7, Tango, Golf, Wind, 2, 4, Sol, Degrees, Eidnutz, Runway, 2, 3, Glitterland. 2, 3, Glitterland, Condor 7, Tango, Golf. Lufthansa, 1, 1, 5, 2, Taxi, left on Delta, 1, hold shot off, Runway, 3, 3. Left on Delta, 1, hold shot off, Runway, 3, 3, Lufthansa, 1, 1, 5, 2, heavy. So, einmal kurz gucken, dass der Hoppy-Core wieder reingeht. Legend, 5, 5, heavy, request taxi. Legend, 5, 5, Taxi, Dording Point, Runway, 3, 3, via Yankee, 3, and Golf, Report, wenn ready. Taxi, Dording Point, Runway, 3, 3, via Yankee, 3, and Golf, will go. Legend, 5, 5. Sorry, wenn ich jetzt zwischen... Kalem, 273, ready for taxi. Okay, nee, wir werden korrekt schon. Kalem, 273, Swingover, Zulu-One, Blue Line. Taxi, Dording Point, Runway, 3, 3. War ja Zulu-One, Blue Line, in Bravo, 5. Taxi, Dording Point, Runway, 3, 3, KALM, 273. Das klingt stimmlich neu, ja. So, die Blue Line reingekommen, jetzt können wir rauslöschen. Eure Wings 1, 2 Echo Tango, ready to copy? Affirm, we're ready to copy with Information Lima. Eure Wings 1, 2 Echo Tango, Information Lima, correct, setup approved, cleared langs Aerodrome, Rama 5 Golf Departure, Flightplan Route, climb by a sit 5000 feet, squawk 1000. Gilt langs is fired by the Rama 5 Golf Departure, initial climb 5000 feet, squawk 1000, Eure Wings 1, 2 Echo Tango. Eure Wings 1, 2 Echo Tango, read back correct, Departure Frequency, 1 passing 2000 feet, premium radar on 119.510. Departure 119.510, after 2000 feet, Eure Wings 1, 2 Echo Tango. Lufthansa 1152, Cross Runway 33, taxi to Stand 06, via Zulu 5, hold short of Zulu 1 Blue Line. Hulling short of Zulu 1 Blue Line, and we're taxiing to Gate 06, Lufthansa 1152. The 1152, via Zulu 5. Via Zulu 5, to do Stand 06, Lufthansa 1152, Eure Wings 1, 2 Echo Tango, correction, Condor 7 Tango Golf, Welcome to Hamburg, taxi left on Delta 1, hold short of Runway 33. Left on Delta 1, hold short Runway 33, 7 Tango Golf. Legend of 5, 5, gris, disregard. Ah Mist, der hat ja... Tango Power, Repenta 1, 1, request taxi. Also 1, 1, taxi to Holding Point, Runway 33, via Zulu 1 Orange Line, Bravo 4. Taxi to Holding Point, Runway 33, via Bravo 4, Repenta 1, 1. Unser 258, request, start up and push back. Unser 258, push back approved, facing south Zulu 1 Blue Line. Start up and push back approved, facing south Blue Line Zulu 1. Hamburg Tower 1, Boeing, Eure Wings 6, Bravo, Lima, request push and step please. Wings 6, Bravo, Lima, request, new Wings, 6 Papa, Lima, Hamburg Tower, hello, push back approved, facing north. Facing north, push approved, 6 Papa, Lima. KLM 273, are you ready for departure? Related for departure, KLM 273. KLM 273, wind 2, 4 degrees, 8 knots, Runway 33, cleared for take off, bye-bye. Cleared for take off, KLM 273, thanks, bye-bye. Legend 5, 5, 5, also fully ready. Legend 5, 5, behind, next, KLM, Boeing 737, departing from Runway 33, Line-up Runway 33, behind. Beans, departing, KLM 737, Line-up and wait, behind, Legend 5, 5. Refanser 1, 1, 5, 2, hold position. Hold position, Refanser 1, 1, 5, 2. Soll der eigentlich hier vorhalten, macht er auch irgendwie nicht. So, die kann, die kann man muss noch warten. Luftanser holt rein, der pusht gleich, der hat Clearance. Und der hier hat noch PC-Clearance. Da oben. Genau, so. Größter Ansturm ist vorbei. We'll continue taxiing via Zulu 1 to the gate, Lufthansa 1, 1, 5, 3, 3. We'll continue taxiing via Zulu 1 to the gate. Zulu 1, orange, line, Kona 17, 0, 5. Korrekt. Das passt hier sehr gut, weil, guck mal, wir haben hier eine Idee gehostet mit einem Heavy. Also sind... Hamburg, R, this is KLM, 17, 56, Staten 2, Bravo, workers cleared for Amsterdam. KLM, 17, 56, Hamburg Tower, hallo, Information, Diemas, Startup erproft, Cleared Amsterdam, Schripol, Aerodrome, Whisky-Serie November, Vorgolf, Departure, Flightplan, Route, Climb via Sit 5000 feet, Squawk 1000. KLM, 17, 56, I did not hear the first part, all I heard was, uh, Squawk 1000. I didn't hear the rest of it. KLM, 17, 56, Whisky-Serie November, Vorgolf, Departure, Climb via Sit 5000 feet. So, das auch nicht gehört? K5000 feet, äh, Whisky-Golf, November, äh, 3, Golf, Departure, 4, Golf, Departure, 4, uh, K.I.M.Serie. Wie bitte? Ne, aber die KLM hat mich gerade noch gefragt, warum. Sie hat mich nicht gehört. Any chance, Sir, to get, uh, stand number, uh, 6, 1? Stand, uh, 1, 1, 5, uh, 2, stand 6, 1, you are too big for stand 6, 1. Stand, uh, 6, 1, uh, look down the 1, 1. Look on the 1, 1, 5, 2, hold position, I say again, hold position. Also, 1, 1, 5, 2, hold position. Legend 5, 5 in 2, 4, so Degrees 8, not 3, 3, 3, Clever, Take off. So, IDECO und IDECO sind ja same suit. Deswegen brauchen die 5-malen Staffelung, aber das hier ist auch ein Heavy hinter einem, äh, vor einem Medium. Das sind auch wegen der Willstärkung 5-malen. On a 2, Papa Charlie, Hamburg Tower, hallo, Windcheck 2, 4, 0, Degrees 8, not 3, you are number 1 in sequence, one departure ahead. One departure ahead. Connor 7, Tango, key, correction, Connor 7, Tango, goal, hold position. Hold position, Connor 7, Tango, goal. Hey, line 7, TV6, uh, was that the readback correct? Again, 1, 7, 5, 6, sorry, readback was correct, departure frequency, when passing 2,000 feet, Bremenradar 1, 3, 4, decimal, 2, 5, 5. Find 3, 4, 2, 5, 5, and contact him, uh, when passing 2,000 feet for a camera, so Degrees 8. Then the 1, 1, 5, 2, stand 6, 1 is too big for you. Take the into stand 0, 4 via Zulu 1. Just for information, we are, um, we are at, uh, a heavy, uh, aircraft, uh, sir, for Lufthansa 1, 1, 5, 2, so, uh, if that's possible, uh, 6, 1, it's okay for us. Uh, 6, 1 is not possible, sir, 0, 4 is a heavy stand, you can taxi into it. No, sir, sir, so we proceed to the gate, uh, 0, 5, uh, Lufthansa, 1, 1, 5, 2, stand 0, 4, 0, 4. Stand 0, 4, Lufthansa, 1, 1, 5, 2, thank you for the cooperation, sir. Condor 2, Papa Charlie, when 2, 4, so Degrees 8 knots, runway 2, 3, clear to land. Excellent, runway 2, 3, condor 2, Papa Charlie. Condor 1, 1, line-up runway 3, 3. Condor 7, Tango, Golf, Taxi, Stand 0, 5, Bravo, via Sulu, 1, orange line. Taxi, 2, stand 0, 5, Bravo, via Sulu, 1, orange line. Excellent, 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 thank you. Das wünsche ich dir auch, tschüss. You're in 6, Papa, are you ready for taxi? You're in 6, Papa, Lima, taxi to holding point, runway 3, 3, via Sulu, 5, and Bravo, 4. Via Sulu, 5, and Bravo, 4. Ehm, socially 1, long, researchers 1,anta. So. motions 1, Rumbullkilo, hamburg-he capacidad,usal war hallow, windcheck 2, 4, so Degrees 8 knots, 밑strained number 2 in sequence. 2, a couple we go. So, kleine kliftige Situation. Der Stains 6, one ist aber zu groß für eine 787. Darf der nicht parken. Ähm, ich weiß nicht, warum der unbedingt da hin wollte. Außerdem hat das nicht mit der Luft ansage gepasst. so hat es jetzt noch funktioniert und da haben wir ja auch ordentlich reingekriegt so können wir jetzt weiter arbeiten gut die lufthanser 1-1 geht gleich weiter von so 1-1 win 2-4 so der grieße 8 knots ran wei 3-3 glätt für take of bye bye 3-3 clear portico padel pan farra 1-1 thank you kondor tu papa charlie going around i say again going around kondor tu papa charlie roger dead reason for it it's much too windy so roger hamburgis tower kondor tu papa charlie is going around now and for your information lufthansa 1-1 taking off your wings one two echo tango at stand six to request start and push push approved facing west your wings one two echo tango schlager setup panorazy 33362、 lilyven torrent dro African 창b polyv 1190542 sondern wir sind auf demarsch sie reagieren So, sorry, er war noch gemutet. Blueline one, ah. Blueline Bravo Five. Danke! Blueline Bravo Five. So, nur zur Info, ich hatte gerade GLM-1756 Putschberg gepufft Facing South von Zulu-1 Blue Line Genau, wir hatten gerade den Go-Round hier Habt ihr ja mitgehört, hab ich eben koordiniert Und auch ein Departure Release für den Flieger hier bekommen Um, genau Den habe ich jetzt Pushing North gemacht Weil Facing South würde hier so komisch in der Kreuzung stehen Das wollen wir nicht Ähm Hamburg Power, hello, easy 5-4-Kilo-Juliet hat Stand 05-Alpha Request I-F-R-Cleaners to Godwick Information Delta Easy 5-4-Kilo-Juliet I have no flight plan So, die landet dann Aber warum will die in der Stand 9-A2 Was sind das für komische Stand-Verweisungen Jürgen 6 Papalimhaven 2-4-0-Degrees 8-Nuts run away 3-3-Kilo-Juliet Verdeck auf, bye-bye Kilo-Juliet auf, andere 3-3, bye-bye Stand 0-4-Sfrei, das passt Kondor dreht jetzt raus Die folgt aber nicht Standard Missed Approach Hamburg East Kurze Frage Hast du dich auch Kondor auf den Heading genommen Oder fliegt die mir, ist Published Die Kondor Fliegt die erst Published Oder fliegt die auf dem Heading Ich habe mich nur gewundert Weil sie komisch so dreht Easy 5-4-Kilo-Juliet Tempershot Ja Joa Aber man fängt ja immer an Unser 258 Line Up Runway 3-3 Joa Alles klar Unser 1 Romeo Kilo Taxi Left On Delta One Holt Shut Auf Runway 3-3 Dann wird es bestimmt was Wenn sie Auto-Landing macht So Kurzer Schnack Mit dem Approach So Easy 5-4-Kilo-Jul Are you ready to copy? Ready to copy Easy 5-4-Kilo-Juliet Easy 5-4-Kilo-Juliet Information Lima Startup Beproft Clared London Gatwick Whisky Sierra November 4-Golf Departure Flightplan Route Climb via Sit 5000 Feet Squawk 2504 Information Lima Clared For Startup Departure Whisky Sierra November 4-Golf Climb 5000 Via Sit And Squawk 2504 Easy 5-4-Kilo-Juliet Easy 5-4-Kilo-Juliet Readback Correct Report When ready Departure Frequency When passing 2000 feet Bremenradar On 134-255 Decimal 255 Unser 255 Wait When 24 So Degrees 8 Nords Run Wait 3-3 Kled Verteid Buy Gott Had 5-5-2-3-3-3-4-Kilo-Juliet Schönen Tag Noch Schönen Tag Das wünsche ich dir auch Tschüss So Gut Dann das ist so weit gut perfekt zack gut dann ist der high traffic jetzt fertig und wir sind schon mal 23 minuten wenn ich schnell zeit vergeht und von der one romeo krilo cross run via tri tri text ist ein 04 war ja so do 5 and to do one und dann sind wir auch schon so gut speedpot 965 taxi to holding point runway tri tri via zulu 1 orange line zulu 3 zulu 5 and bravo 5 report wenn ready for departure 3 3 bei zulu 1 orange line zulu 3 zulu 5 and to bravo 5 we can take an infection apart from bravo 6 if it is easier we put 965 a film you can take bravo 6 if you want roger we got to bravo 6 we put 965 so normalerweise macht man das in hamburg nicht aber wir haben hamburg tower hello not a 2-7 gold speckhardt also we have information lima i have no flight plan normalerweise macht man das natürlich nicht weil das der weil die fliege hier über delta 1 alle reinkommen 5 4 kilo juli at request pushback 5 4 kilo juli at pushback approved facing south or correction stand by shot i call you back da ist ja noch der andere traffic hachu im menschien hachu ich im mensch von trecho 10 googleiempo normalerweise macht man das ja nicht weil die fliege alle hier rankommen aber Wir haben gerade nichts auf dem Verein. Nichts auf dem Land. So, jetzt haben wir natürlich den einen Heavy, der die Normal einrollen muss. Okayet mir jetzt, natürlich ein bisschen was. Also, 1 Romeo Kühle, 5 take 10, 06. 3. So, EC5, 4 Kilo Juliet, pushback approved, facing south on Zulu 1 Orange Line. Pushback approved, facing south on Zulu 1 Orange, EC5, 4 Kilo Juliet. Kilo, 1, 7, 5, 6 taxi to holding point runway 33, by Zulu 1 Blue Line and Bravo 4. Zulu 1 Blue Line and Bravo 4 holding point 33, 4 Kilo Juliet, 1, 7, 5, 6. Nordic 27 Golf Eco, are you ready to copy? Ready to copy, Nordic 27 Golf Eco. Nordic 27 Golf Eco information in Limas, startup approved, geht aus Logadamon, Neurotrum. Econ 1 Golf Departure, flight plan route, climb via Z 5000 feet, squawk 2522. Precio, slow by Econ 1 Golf Departure, 5000 initial climb, squawk 2522, Nordic 27 Golf Eco. Nordic 27 Golf Eco, read back, correct, departure frequency when passing 2000 feet, Bremen radar on 134, correction 119, 510. So, LZOP, war die West Departure, nicht die, under... Äh, die... Nordic 27 Golf, Echo Departure, frequency when passing 119, 510. Wollte ich schon wieder sagen? Departure 119, Dismar 5, 10, Nordic 27 Golf, take it. U-Rings 2, okay, U-Rings 1, 2, Echo Tango in 2, 4, 0, Degrees 8, Nordic 28, Nordic 28, 3, 3, 3, 4, take off, bye-bye. U-Rings 1, 2, Echo Tango, thank you dear, bye-bye. Na, das war jetzt nicht so schlau, weil jetzt haben wir hier Weser, jetzt haben wir hier Rama, Weser, Weser. Also, 5 Meilen zwischen den Flyen. Hätten wir die Speedbird zuerst rausgeschickt, hätten wir Weser, Rama, Weser. Und wir hätten ein bisschen effizienter rausschießen können. Naja, jetzt ist es eh zu spät. Okay. Go ahead. Oh, hier rutsch. Ich glaube, da schließe ich mich auch an, weil ich lotsen ein Event bei Berlin. Gut. Dann nehme ich die 3D-Hardner noch rein. Also, approximately so 10 Minuten wahrscheinlich dann, ne? What's close? On stations, on stations, Hamburg is closing about 10 minutes. So, ähm... It's about 9-6-5, we're at 6-30-4. It's about 9-6-5, line up, we're at 3-3. It's about 9-6-5. It's about 9-6, line up, runway 3-3. Line up, runway 3-3. I want to pass it. So, ich lots nachher nämlich noch Berlin und ich will nicht zu spät enden. Easy, 5-4-kilo-julia, so let it's taxi. Easy, 5-4-kilo-julia, taxi to holding point, runway 3-3 via Zulu-1-orange line in Bravo 4. Easy, 5-4-kilo-julia, it's Bravo 4. Ähm, Bravo 4, Easy, 5-4-kilo-julia. Ähm, genau. Ich flutz nämlich noch Berlin und da wollte ich noch... Hamburg Tower, hallo. Condor 2, Papa, Charlie, established I-Less-Hamba 2-3, doing an Outerland. Condor 2, Papa, Charlie, Hamburg Tower, hallo. Intersection, deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Speed by the end of 6-5-5, wind 2-4, 0-degrees, 8 knots, runway 3-3, cleared for take off. Drei Meilen, passt. Perfekt. Gut, ähm, genau, davon wird wahrscheinlich auch noch ein Video online kommen. Mal gucken, weiß ich noch nicht ganz. Joa, da wird der Berlin-Cround geöffnet. Oh, der WF-Aller kommt auch noch rein. Aber ich sehe schon, die halbe Stunde ist schon voll. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr Fragen oder Wünschen habt. Schreibt sie unten in die Kommentare. Kommt auch über den Link in meiner Bio oder auch in der Videobeschreibung auf meinen Discord. Würde mich sehr freuen. Viele nice Leute sind dort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.